Moin, ich bin Philipp Amthor, 24 Jahre alt und der direkt gewählte Abgeordnete im Bundestagswahlkreis 16, dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern. In der Politik ist mir besonders die innere Sicherheit und unser Rechtsstaat wichtig. Und mir persönlich ist es auch ganz wichtig, dass wir die ländlichen Räume im Blick behalten und unser Lebensgefühl aus dem ländlichen Raum auch nach Berlin tragen. Ich glaube, die wichtigsten Eigenschaften für Politiker sind Fleiß, Zuverlässigkeit, Interesse und, das sollte man sich immer beibehalten, Bescheidenheit. Ich glaube insbesondere, das Image von Politikern muss besser werden. Wir sind nämlich nicht faul und nicht oberflächlich und wir stehen morgens früh nicht auf, um die Leute zu ärgern, sondern um Deutschland voranzubringen. Ach, ich muss sagen, im Bundestag geht es doch ganz familiär zu, zumindest bei uns in der Fraktion. Und ich bin da ganz dankbar für die viele Unterstützung von den erfahrenen Kollegen, die ich so in den ersten Tagen hatte. Ich sehe ein Land, das auch weiter wirtschaftlich stark ist und das vorangeht als Lokomotive in einem starken Europa. Bei aller Weltoffenheit will ich aber, dass wir dabei unsere nationale Identität nicht vergessen haben, sondern dass wir eine gute Diskussion geführt haben über unsere Werte und über das, was unser Land zusammenhält. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!